Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Na komm, na komm, soll ich zur Seite gehen? Willst du da herlaufen? Na guck mal! Heute möchte Sammy mit dabei sein, denn er möchte nicht nur sein neues wunderschönes und ziemlich geiles Y-Kashi zeigen. Mega geil, Netzicke hat es mal wieder für ihn gemacht und es ist echt schön. Dann ziehen wir ihm aber gleich aus, weil er gleich was zu futtern bekommt. Denn wir haben hier die SoRoyal Schatzkiste und Sammy freut sich schon richtig drauf, die aufzumachen. Er hat ja auch tatsächlich schon ein bisschen was zu trinken stehen, denn ihm wird immer naja, dann ein bisschen durstig, wenn er das ganze Essen zu sich nimmt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Kommst du her? Genau. Wir zeigen euch mal das Y-Kashi so ein bisschen. Jetzt ein bisschen aus der Ferne. Also er hat hier wirklich vor der Brust so ein Gurt, er hat hier so schöne Haltegurte und über den Rücken geht auch ein Streifen und da kannst du echt super die Leine dran befestigen. Und ja, jetzt brauche ich es aber nicht umhaben. Er hat natürlich auch jetzt gerade das Halsband um, wo sein Name draufsteht, was richtig cool ist. Und ja, jetzt darf er es aber erstmal ausziehen. Sonst denkt er, dass wir gleich noch eine Runde Teiter gehen oder so, das wäre ja was. Vorsichtig. Und ja, das zeige ich euch einmal kurz von Namen, also das hat die echt schön genäht. Ich kann es nur empfehlen. Ich verlinke euch auch mal ihren Kanal, denn sie hat schon das ein oder andere Video gedreht und unten in der Infobox verlinke ich euch sowohl ihren Facebook als auch ihren Instagram Account. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und vielen, vielen Dank, liebe Marina, für dieses ultra coole Y-Kashi. Ich finde es mega schön. Ich finde diese Farbkombination aus Rot und Grau auch richtig cool. Und immer wenn Sammy sieht, dass ich das in die Hand nehme, hat er auch direkt schon Bock und möchte spazieren gehen. Auf welcher Seite willst du Sammy? Back zu oder links? Such dir was aus. Willst du dich hier hin? Die Schatzkiste ist ein Osterspecial von Zorro Yal. Das gibt es für Hunde für 14,99 Euro und für Katzen für 11,99 Euro. Und das ist ruckzuck ausverkauft. Und ja, ich würde mal sagen, Sammy, ich spann dich nicht länger auf die Folter. Wir schauen mal rein. Hier haben wir wieder diesen Flyer mit drin, wo draufsteht, dass man entsprechend Zorro Yal auch nennen soll, 10 Mal die Zorro Yal Schatzkiste gewinnen kann. Aber wir haben sie jetzt hier da, Sammy. Dann gucken wir doch mal rein. Als erstes haben wir hier drin von Dokas Hühnerbrust Kaurolle. Und ich glaube, die hatten wir schon mal drin und die mag Sammy gerne. Magst du die gerne? Ich weiß ja nicht. Magst du die echt gerne? Hat so einen schönen Wiederverschluss, aber bei uns kommt das eh in so Bonbon Gläser rein. So sieht eine Kaurolle übrigens aus. Das ist dann wahrscheinlich Rinderhaut oder sowas gerollt und dann außen drum zu diese Hühnerbrust. Die musst du auch essen, nicht die? Hier, du hast deine eigene. Da. Jam, jam, jam. So kräftig kaum. Dann hast du hier noch so einen Minitau mit drin. Das ist ja relativ niedlich, ne? Das ist echt klein. Mit Zerflückfunktion. Okay. Nee, mit Zerfunktion. Oh, Entschuldigung. Genau. Weil er dann wahrscheinlich auch gut dran zehren kann. Weiß ich nicht. Er wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Und ich denke, das wird aber nicht allzu lange bei uns halten. Mit Wurffunktion. Aha, ein Spieltaub. Ja, ne? Und das kommt einfach von der Eigenmarke von Zorro Yal. Genau. Huch. So. Nicht nur das Hühnerkram außen drum zu essen. Das musst du ganz essen. Ja, einfach die Hühnerrolle gerade so. Nur das Äußere abgeknirbelt hat, ne? Und dann habe ich hier drin von Miam Miam herzhaftes Lamm an gekochtem Reis mit frischen Tomaten und Kiasaat. Und das sind 200 Gramm. Das ist so eine coole Dose. Das kann man auch schön nehmen und das dann mit ins Trockenbutter mischen. Ne, da ist so lange was dran, ne? Ich will die auch nicht im Weg sein raus. Dann hast du hier drin ein Spielzeug. Och, das wird nicht allzu lange überleben. Das ist so ein niedliches Schaf von Trixie. Das ist cool, ne? Ich finde es niedlich. Oh, es ist niedlich. Willst du es haben, Sammy? Ich weiß aber, dass es dann nicht mehr lange überleben wird. Bitte schön. Es gehört dir. Magst du deinen Blüschschauf? Hast du es zum Fressen gern? Nein. 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 Soll ich ihn noch mal draufdrücken? Bitteschön. Kümmer dich drum. Sammy ist gerade einfach nur von seiner Cowolle beglückt. Hast du immer noch was dran in deiner Cowolle? Dann musst du kräftig kauen. Ist gut für deine Zähne. Ich liebe ihn. So sehr. Dann habe ich hier nämlich noch so einen Keksausstecher drin. Und zwar ist das so ein niedlicher Hase. Ist echt süß. Hashtag. Hashtag Zoro Yalbaft. Ja, dann kannst du da schöne Hundekekse mit backen. Eine Futterprobe von Happy Dog. Supreme Fit and Well. Medium Added. Und das sind 300 Gramm. Das ist cool. So was mag ich immer ganz gerne, wenn er dann einfach mal so ein bisschen was anderes hat und dann ein bisschen sich durchtesten kann. Das ist ganz cool. Mit fünf wertvollen Proteinquellen gleich perfekt ausgewogen. Glutenfreie Zutaten. Moderater Fettgehalt. Original Neuseeland Muschel. Mit Muschel? Interessant. Dann kriegst du immer richtig krasses Essen, Sammy. Richtig krass. Ich sage das. Muschel. Oh, das finde ich richtig toll. Das ist von Belkando. Und Belkando wollte ich immer schon mal ausprobieren. Richtig geil. Das ist ein Kilo. Added Lamp and Rice ist das. Also mit Lamm und Reis. Das wollte ich immer schon mal austesten. Geil. Und jetzt habe ich so eine Futterprobe mit einem Kilo hier drin. Das wird gut. Reis. Kiasaat. Extra Frischfleisch. Und Proteinquelle. 75% tierisches Eiweiß. 25% pflanzliches Eiweiß. Und hier wird gerade richtig gekämpft. Das hatten wir auch schon mal in der Box drin. Das ist von So Natural So Good So Wow. Lauf, Edelt, Rind, Böff, Manso, Beef. Genau. In allen Sprachen einfach malen. Und ich finde die Verpackung ganz niedlich. So eine Dose, ja, die kannst du übers Wochenende ganz gut aufbrauchen. Und dann stelle ich die halt hier im Kühlschrank, beziehungsweise mache da so eine Kappe drauf und dann hält das auch ein bisschen länger. Ja, das kommt dann mit ins Trockenfutter und da freut er sich. Du kommst immer wieder rüber, ne? Ob er noch irgendwas hat, was du vielleicht abgreifen kannst. Aber erstmal zeige ich die Sachen, die er nicht probieren kann. Da habe ich hier von Pauls Beute, das ist cool, Herzhaftes aus der Hundeküche. Mit Pute, mit Zucchini, Cranberry und Basilikum. So ganz exotische Sachen, ne? Da mag Sammy meistens dann nicht so ultra gerne, aber hört sich interessant an. Für Hunde unter 15 Kilo, ja, ist jetzt Sammy nicht unbedingt, aber das kann man auf jeden Fall mit untermischen und zusätzlich verwenden. Ja, interessant. Bei Pauls Beute verzichten wir aus Überzeugung auf künstliche Nahrungsergänzungen und Zusatzstoffe. Unsere lebensmittelgeeigneten Zutaten mit viel frischem Fleisch sind von Dr. Volker Wienrich je nach Alter und Gewicht des Hundes optimal auf eine gesunde Ernährung abgestimmt. Denn ausgewachsene Hunde bis 15 Kilo Gewicht brauchen im Verhältnis mehr Energie, Vitamine und Mineralstoffe als größere Artgenossen. Okay, ich hoffe, dass es trotzdem auch für Sammy funktioniert. Der ist jetzt bei knapp 20 Kilo. Aber ja, wenn ich es nur untermische, sollte das funktionieren. Ohne Getreide, Gluten und Laktose, nur eine tierische Eiweißquelle je Menü nach Lebensmittelstandard zertifizierte Produktion, Rohwaren aus regionaler deutscher Landwirtschaft, schonende Verarbeitung der frischen Zutaten. Frei von Zusatzstoffen wie künstlich hergestellten Vitaminen, Lockstoffen und Geschmacksverstärkern, minderwertigen Schlachtabfällen und Füllstoffen, Tier- und Knochenmehlen sowie Formfleisch, Zucker- und Salzzugaben sowie Gentechnik. Ja, wow. Also scheint eine ganz interessante Geschichte zu sein, ne? Da wird Sammy sich freuen. Als nächstes habe ich hier drin von Animonda vom Feinsten. Edelt mit Huhn, Ei und Schinken. Oh, das sieht gut aus. Von Granatapet Mini-Royal. Wild- und Angus-Rind. Oh Sammy, Frauchen hat noch nie Angus-Rind probiert, ne? Du darfst. Ohne Getreide, Granatapfelkerne, Grünlippmuschel. Noch mehr Muschel. Da wird der kleine Mann sich aber freuen. Yum, yum. Hier haben wir drin Pedigree Wrap. Das hatten wir letztens tatsächlich auch in einem Tauschpaket drin. Und das hat Sammy schon probiert und die findet er richtig lecker und da hat er auch richtig lange was dran. Also von daher richtig cool. Das sind so mineralische Sticks und außen drum zu hast du so Hühnchenfleisch oder Hühnchenhaut und das mag Sammy richtig gerne. Bio-Cost Edelt von Liebesgut. Life Balance Concept. Bio-Rind mit Zucchini und Reisflocken. Laktosefrei, Glutinfrei und Single Protein. Auch das. Eine ganz schöne Probiergröße. Finde ich auch ganz cool, das mal zu testen. Und da sind 100 Gramm drin. So, ich habe es mir jetzt mal aufessen lassen, denn das Ganze hat jetzt einen Weichen gedauert. Das ist ein ganz guter Snack gewesen, den er da gekriegt hat. Also ein guter Kauknochen. Das hat schon lange gehalten. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Snacks und die werde ich ihm jetzt geben. Das ist jetzt quasi sein Abendbrot. Hier habe ich einmal von Rinti Chico Mini. Und das sind Mini Häppchen mit Lachs. Und da sind 80 Gramm drin. Und ja, das werden wir mal probieren. Mit Omega-3-Fettsäuren. Ja, ist ja auch mit Fisch. Puh, das riecht sehr, sehr fischig, Leute. Also da hast du auf der einen Seite wirklich diese Fischhaut und auf der anderen Seite ist es Hähnchen oder sogar Lachs. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, das ist Lachs. Das ist ja komplett Lachs, ne? Ja, als hätte man wirklich Lachshaut hier. Mit Lachs. Und da darf man mal probieren. Hör mal hoch. Komm. Kannst du ihn noch mal probieren? Schmeckt das gut? Schmeckt das gut? Ja, offensichtlich, ne? Am liebsten in die Tüte rein. Komplett. Der ganze Sammy in der Tüte. Man hört's, glaube ich, ne? Es schmeckt ziemlich. Joa, die schmecken ihm offensichtlich. Traurig guckt der der Tüte daher. Aber hier sind noch ein paar drin. Von Mera. Nature's Effect Snacks. Crunchy Nugget. Ente mit Rosmarin, Karotten und Kartoffeln. Das sind wirklich so Nuggets. Und die machen wir jetzt auch mal auf. Das ist quasi ein Hundemuckbang hier. Ein Muckbang, Sammy. Bis hierhin eine Muckbang. Mh. 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 Riecht lecker nach Rosmarin. Oh. Krümel. Das sind nämlich solche Teilchen. Und die krümeln dann wohl ziemlich. Musst du komplett auch essen? Da sind noch ein paar Krümel. Du möchtest den schon haben, ne? Ich liebe ihn. Ich liebe dich. So. Was haben wir jetzt hier? Tundra Snacks haben wir hier drin. Ähm. Ja. Immune System Plus. 80% Fleischanteil. 20% Früchte, Gemüse und Kräuter. Mit Pute ist das. Und mit Erbsen und Apfel und Karotte. So sieht das aus. Da ist ein schöner Wolf drauf. Sollen wir mal reingucken? 100% Getreide frei. 100% Getreide frei. Oh, die riechen gut. Eingeatmet. Einfach eingeatmet. Das sind so Würfel. Und die sind sehr, sehr weich. Und sie scheinen zu schmecken. Norenja? Wo sind die jetzt? Seien die schon weg. So. Dann habe ich hier von Bosch ist das. Frutis. 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 Frisches Geflügel und Banane. Banane, Sammy. Magst du Banane? Hat er noch nie probiert. Glaub ich. Ähm. Ja. Gucken wir mal. Das ist so eine süße Verpackung. Möchtest du einen haben? Und das sind so ganz kleine Leckerlis. Riechen ganz gut wohl. Hochschule. stabber Kopf. Das sind wirklich winzig klein sind die. Winzig winzig klein. Guck noch rein. ein sabbering weißt du das? hatte da jemand Durst? ja, gut, das brauche ich Ihnen hier, Wasser hat für dich brauche ich Ihnen denn dann alles so, jetzt haben wir hier als letztes von Christopherus Natur im Biss, das reine Vergnügen Seelachs im Hähnchenmantel das hattest er mir auch schon mal und das mag er auch sehr gerne und du bist nass, Maus du bist ganz nass ganz viel Fisch für dich heute so sehen die Teile aus und es ist ein bisschen weicher deswegen wird Sammy das jetzt ein bisschen schneller aufkriegen er hat es gerade einfach schon eingeatmet während ich das ihm die Kamera gehalten habe es ist ja eine helle Wahnsinn hier na gut, komm du hast es gerade in einem hab's aufgegessen Sammy wie kann das denn? hast du so großen Hunger? hast du so großen Hunger? du bist ein kleiner Röcker du bist ein kleiner Röcker nicht ein kleiner Röcker so, Entschuldigung ja, mag er offensichtlich gerne ja ihr Lieben, ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein ich denke, dass es vom Wert her wieder ziemlich ordentlich sein wird denn so bin ich es auch mittlerweile gefunden oh, ich hab ihn so lieb ähm, ja na Sammy, was meinst du? wollen wir das demnächst nochmal machen? so eine schöne Osterbox bestellen ein bisschen ablachsen ein bisschen zusammen was snacken naja, im Prinzip snackst du die ganze Zeit und brauche ich den Schild nur noch ja, wenn euch das Video gefallen hat dann lasst mir doch sehr sehr gerne einen Daumen nach oben da würde ich mich mega drüber freuen ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag einen wunderschönen Abend lasst es euch einfach gut gehen fühlt euch ganz doll gerückt von mir ich verlinke euch hier einfach mal ein paar Videos und wenn du möchtest, kannst du mich auch abonnieren aber ich kümmere mich jetzt mal um den kleinen Mann lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal Ciao!